Hier ist der größte Mundgeruch der 80er, 90er, der beste von heute in einer akzeptionsreichen Mischung des Einesgleichen. Der größte Mundgeruch der 80er, 90er und von heute bei Apfel. Hier ist Radio Energy. Mein Name ist Achim Glück und vielleicht verarsche ich euch aber auch. Alle wieder mal nur. Wer weiß das schon? Hauptsache die Schandmäuler haben was zu lästern. Viel Spaß dabei!